Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du fragst dich bestimmt, wo du hier gelandet bist. Pass auf, ich erklär's dir. Fangen wir ganz von vorne an. Das bin ich, Benjamin Seuss. Ja genau, der Typ, der Bücher von Hochhäusern wirft oder auch mal ein auf weibliches Model macht. Aber das ist noch nicht alles. Videos mache ich schon seit ich 13 bin. Glaube ich zumindest. Warum ich angefangen hab, weiß ich nicht mehr so genau. Später kam dann meine Freundin Jenny dazu, die mittlerweile auch ziemlich aktiv mit mir zusammen Videos dreht. Hier vor meinem Kanal geht es aber nicht nur um Comedy-Videos, sondern auch um dich. Du fragst dich jetzt sicher, warum denn eigentlich um dich? Naja, ähm, das ist relativ einfach. Du bist ein Teil von mir und der Grund, warum ich diese Videos mache. Und ich liebe es, andere Leute lachen zu sehen. Und wenn ich dann sogar noch der Grund dafür bin, naja, was gibt es Besseres? Aber nicht nur Videos, die macht mir Spaß, sondern einfach auch die Zeit, die ich mit euch auf Twitter, Facebook oder Instagram verbringe, um euch Fragen zu beantworten, komische Aktionen zu starten oder was auch immer. Aber jetzt bist du dran. Durchstübere meinen Kanal und lass dich von mir zum Lachen bringen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald in einem meiner anderen Videos wieder. Und damit du nichts mehr von mir verpassen kannst und mich öfter triffst, lass doch einfach ein Abo da. Und wenn trotzdem noch ein paar Fragen von dir offen sind, dann stell sie uns doch einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinen kommenden Videos wieder. Bis dahin. Ciao.